Hallo liebe Leute, herzlich willkommen auf Dr. Windows TV. Mein Name ist NoDashBro und in diesem Video reden wir über die Xbox One X und warum, Moment, besseres Gaming mit Xbox One X. Das steht hier in diesem Prospekt, das wir von Microsoft bekommen haben, also hier steht einiges drin, aber warum ist das Gaming-Erlebnis auf der Xbox One X besser? Also die Grafik soll besser aussehen, die Texturen sollen besser aussehen, also auch von euren Xbox One und von den Xbox 360 Titeln, die abwärtskompatibel sind, auch von denen soll die Grafik besser sein, das Spiel soll schneller laden und so weiter. Ja, warum das so ist, das klären wir gleich. Erstmal bedanken wir uns nochmal bei Microsoft und dem Xbox Deutschland Team, dass wir diese Konsole vorab testen durften. Morgen am 7. November ist es ja soweit, dann gibt es offiziell die Konsole in Deutschland im Handel und ja, warum es sich lohnt, auf die Xbox One X dann zu wechseln, das erzähle ich euch gleich. Ja, liebe Freunde, also die Xbox One X lässt eure alten Spiele besser aussehen, also die Xbox 360 Titel, eure Xbox One Titel, die sollen alle besser aussehen. Egal, ob ihr jetzt einen 4K Fernseher schon besitzt oder ob ihr noch einen Full HD Fernseher besitzt. Ja, wie macht die Konsole das? Wir zeigen euch das mal im Beispiel der beiden Spiele Quantum Break, das ihr hier oben seht und dem Spiel Halo 3. Beide haben schon ein Enhanced Update bekommen, das bedeutet, also Enhanced bedeutet verbessert, optimiert. Also ihr seht schon, dieses Update optimiert das Spiel und zwar für die Xbox One X. Also das kann bedeuten, dass zum Beispiel Texturen in 4K hochgeladen werden bei diesem Update oder halt höhere aufgelöste Texturen, als es die vorher in diesem Spiel gab. Und dadurch wird zum Beispiel das Spiel schon alleine, ja, alleine dadurch sieht das Ganze schon besser aus. Die Bildrate ist höher, die Ladezeiten sind kürzer. Das alles schafft die Xbox One X natürlich durch die viel schnellere Hardware. Ihr werdet jetzt, ja, Beispiele sehen. Ich habe beide Spiele für euch einfach nochmal angespielt, nochmal gestartet. Jetzt mit der Xbox One X, die wir ja schon vorab bekommen haben und das Ganze für euch, ja, mit der Elgato aufgenommen, so dass ihr wirklich das Bild seht, das ich auch auf meinem Full-HD-Fernseher selber gesehen habe und dass ihr euch davon überzeugen könnt, dass die Spiele besser aussehen. Woran erkennt ihr? Ich zeige euch, bevor wir euch die Beispiele zeigen. Wir gehen mal hier in den Store und ich gehe mal hier auf die Suche und suche für euch Halo 3 und zeige euch auch, woran ihr erkennt, ob ein Spiel zum Beispiel schon dieses Enhanced-Update bekommen hat. Das heißt, dieses Update, dass das Spiel halt auf jeden Fall dann besser aussehen lässt. So, und ihr seht jetzt Halo 3 und über da hinten, also über der Halo 3-Überschrift steht Xbox One X Enhanced. Das bedeutet, dieses Spiel hat schon ein Update bekommen, das die Grafik besser aussehen lässt. Okay, während ihr jetzt die, ja, Beispiele, also mein Gameplay zu den Spielen seht, erzähle ich euch einfach nochmal ein bisschen zur Technik, wie das Ganze funktioniert. Also, die Xbox One X nutzt dafür natürlich die viel stärkere Hardware, die jetzt in der Konsole verbaut ist. Microsoft sagt ja, dass die Konsole bis zu 40% schneller ist als jede andere Konsole vorher. Die Spiele, die Enhanced-Update bekommen haben, sind natürlich dadurch auch viel größer. Zum Beispiel Quantum Break ist jetzt nach dem Update schon auf einer Downloadgröße von ca. 170 GB angewachsen, was natürlich, ja, richtig viel ist, aber dann schon eine hervorragende Optik bietet und selbst auf einem, ja, Full-HD-Fernseher. Also, natürlich sind diese Enhanced-Updates dafür gedacht, dass das Ganze auf einem 4K schon, ja, richtig gut aussieht, in Verbindung zum Beispiel mit HDR, aber auch auf einem Full-HD-Display. Meine Aufnahmen sind ja auf einem Full-HD-Display entstanden, sieht das Bild besser aus. Denn zum Beispiel auch bei dem Spiel Halo 3, das ja auf der Xbox 360 damals erschienen ist, ist auch die Ladezeit verbessert worden, eine höhere beziehungsweise stabilere Framerate ist möglich, ja, bessere Texturen sind möglich und all das macht das Bild viel besser. Eine Technologie, die dafür sorgt, dass, ja, auch die ganzen, ja, dass die Kantenlettung besser funktioniert und besser aussieht, das ist dieses Super-Sampling. Und zwar bedeutet das, die Konsole, auch wenn ihr einen Full-HD-Fernseher habt, berechnet das Bild intern, also die ganze Grafik, erstmal in 4K und nimmt dann dieses in 4K fertig gerenderte Bild und, ja, skaliert das Ganze runter auf euren Full-HD-Fernseher in die Auflösung 1080p und dadurch sieht das Ganze aber trotzdem besser aus, als wenn es zum Beispiel mit der Xbox One X in Full-HD selbst gerendert wird, hat dadurch auch viel bessere Farben, einen höheren Dynamikumfang und, ja, macht halt, also wertet auch alle eure alten Spiele auf einem Full-HD-Fernseher auf. Es sollen sogar die Spiele besser aussehen, die nicht direkt dieses Enhanced-Update bekommen haben, denn es gibt viele Spiele, die nutzen zum Beispiel eine dynamische Bildrate und natürlich wird dadurch, dass die Xbox One X so eine hohe Leistung hat, wird natürlich die höchste dynamische Bildrate genommen, also in der höchsten Auflösung wird das Spiel wiedergegeben und wird dadurch auch viel flüssiger und stabiler laufen als auf den alten Konsolen. Das heißt, ihr merkt auf jeden Fall diese Verbesserung und habt auch nochmal wieder einen Anreiz, vielleicht auch alte Spiele, die ihr in eurer Sammlung habt, nochmal neu anzufangen, nochmal zu spielen, weil das ganze Spiel halt jetzt besser aussieht als damals und, ja, es selbst auf einem 4K-Fernseher sehen alte Spiele dann einiges besser aus als früher. Ja, ich hoffe, wir konnten euch das Ganze hier gut erklären. Ja, falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr diese gerne unten in die Kommentare schreiben und wir werden versuchen, sie so gut wie möglich zu beantworten für alle, die die Konsole vorbestellt haben und, ja, diese dann morgen bekommen. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß beim Spielen, auch viel Spaß, ja, und schreibt auch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr gemacht habt mit euren alten Spielen und wie euer Eindruck ist auf eurem entweder 4K oder eurem Full-HD-Fernseher. Jeder hat ja auch ein verschiedenes Modell zu Hause stehen und dann wirkt das Ganze natürlich auch bei jedem etwas anders und jeder hat auch ein bisschen eine andere Wahrnehmung, aber eure Erfahrung würde uns auch interessieren, also einfach damit in die Kommentare. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Xbox One X. Ich setze mich direkt nach dem Video ans Zocken und werde mal ein bisschen Forza Motorsport 7 weiterspielen, denn das sieht auch grandios aus auf der Xbox One X. Also, freut euch auf die neue Konsole und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, euer Node Dash Pro. Ciao, Leute.